Oder hier, kennst du diese komische, diese, diese Trommeln, die sie so hier in Hawaii und sowas haben, die so nach unten gehen, wo sie dann reinkommen und man macht da so bim, 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 bim. Kennst du diese Dinge? Die sind, ähm, das ist quasi wie eine Schüssel. Und die hauen innen drinne dann immer drauf. Nee, hab ich noch nie gesehen. Kennst du nicht? Nee. Muss ja mal gucken. Wenn ich nachher Zeit habe und daran denke, suche ich mal ein Video, dann zeige ich dir mal, welche ich meine. Ich kenne zwei Arten von Schüsseln und die machen beide keine Geräusche. Das ist die Krankenfresser. Oh, ich hasse sie. Hey, was geht's? Hey, was geht ab, Bruder? Wenn du quasi, äh, von dir aus gesehen, also den Weg zurückläufst, den ich gekommen bin, ist da noch ein Gen. Äh, hier an der Hütte? Ja, einfach da weiter am Haus vorbei, ne? Jojo. Ich glaube, da oben ist auch noch ein Gen drinne. Wollt euch gleich. Gleich drauf, bloß. Hey, lass mal den da hinten, erst da hinten in der Ecke machen und dann können wir im Main-Building gehen. Ich bin voller Taten dran gerade. Die Hexe ist im Haus, ist nach oben. Die Nörse ist im Main-Building, ja. Ich bin hier hinten am Hügel, am Gen. Ich, ich kenn das. Was kennst du? Diese Trommeln. Diese hawaiianischen. Ich hab die tatsächlich noch nie gesehen. Also ich kann die gar nicht zuordnen. Sind die bei Vajana? Bei dem Film? Ne, ne? Hat vielleicht Barbecue-Oh, sie ist runtergekommen. Martin, kennst du den Film Vajana? Entschuldigung. Was ist das? Du kennst nicht Vajana? Hey, was ist das? Ne, das ist auch so ein hawaiianischer Film mit Maui und der beste Charakter im ganzen Film ist Heihei. Okay. Heihei. Heihei ist ein Huhn. Ah ja. Cool. Das ist mega geil. Naja, sonst hätte ja sein können, wenn du den Film kennst, ähm, ob da so eine Trommeln drinne sind. Dann würde ich mir den nochmal reinziehen. Kann ich dir leider nicht beantworten. Oh, ich komm hier nicht raus. Huchu, hu, 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 ja. Ist das hinter mir? Ja. Sie ist genau vor mir auch geploppt. Aber hier komm ich auch nicht raus. Guck, hier ist ein Gen. Wird der Dude abgehangen? Ja, der ist abgehangen. Ist auch schon wieder... Gut, für den... fange ich den Jen hier oben an, in der Hütte. Den habe ich gerade angehakt. Hab geguckt. War das der Typ, der schon wieder liegt? Nee, du hattest auch abgehangen. Ja. Nee, den anderen. Der, der jetzt lag, der hängt jetzt das erste Mal. Ich frage kurz damit. Geh doch weg. Zu warten, bis das Toten steht. Guck ich mir mal nach der Runde an, das Bild. Ich weiß halt nicht, wie die Dinger genau heißen, aber da finde ich so, wenn du da so am Strand liegst, mit einem Cocktail in der Hand und sowas, oder so ein bisschen diese, diesen Trommeln zugehörst, finde ich schon geil. Geh mal den Gläser hier abhängen. Trägt wieder Herzschlag. Sie ist draußen, ne? Ja. Dann gehe ich wieder zum Jen hoch. Und für mich? Äh, Treppe runter. Ach, bin ich so froh, wenn der Mitchabter-Patch kommt, ne? Ja, der Kollege, ich will laufen, ne? Steal Drum heißen die, oder Steel Pen. Kann auch sein, ja. Kann sein, ja. Kann sein, ja. Sind die aus Stahl? Weiß ich nicht. Also ich hätte jetzt, weil du gesagt hast, das ist so hawaiianisch. Ich hätte jetzt gedacht, das ist so, ja, so Kokosnuss-mäßig. Nein, das ist schon so, das stehen die halt so, dann so, eher so in den tropischen Gegenden. Ich glaube, diese Runde wohl nicht punkte. Oh nein, das war so dumm. Wird ihr bitte mal Jens machen? Was macht ihr hier? Ich mach Jen. Ich will es ja nur mal in den Raum wirken, also ich bin fleißig. Der Keller? Faust ist auch gleich fertig. Die will mich. Die hat richtig Hass auf mich. Hast du sie gekooptiert? Sehr gut. Weiß ich nicht. Ich kann mich nicht an ihr Gesicht erinnern, kann sein, dass ich betrunken war. Oh, die hat richtig Stunk auf mich. Das wäre ich aber auch, wenn ich so eine richtig schöne Nacht mit dir gehabt hätte und du kannst dich nicht an mich erinnern, dann wäre ich aber auch ein bisschen sad. So, wir machen den letzten Gen fertig. Was machst du so? Ich hab sie fast drei Gens lang hingehalten. Also kurz gesagt nix, ja? Also ich hänge hier bei dem einen Ausgang. Dein Uranius. Wir haben unsere da. Und sie steht hier rechts neben mir. Aber bewacht die dich, oder? Ja, die guckt mich an. Sie sitzt vor mir. Sie weiß, dass ihr da seid. Kann ich irgendein anderer kurz tanken? Nein. Du solltest, der eine Typ läuft weg. Perfekt. Ja, ich würde ja einen Hit nehmen, aber ich brauche einen anderen Mate, der nicht... Also der eine kommt zurück, der hat glaube ich 99% Tür gemacht. Das könnte mein Tod sein. Du müsst halt zusehen, dass ihr die mal ablenkt, ne? So. Der eine kommt von meiner Richtung, also so vor mir mäßig. Schluss. Lauf, Bro. Alles für Martin. Das muss ich noch 99% Tür. So was schluckt. Das hat die aber ganz schön gefressen, ne? Oh nein. Ist das blöd? Ja, ich war ein bisschen zu laut beim Rüberjumpen. Ich bin mit der Fußspitze hängig. Kannst du mir mal sagen, wo der eine ist, der noch verletzt ist, der hat nicht geheilt wird? Ja, der ist hier hinten bei mir. Kommen wir jetzt auch wieder zu dir. Dann läufst du aus der Richtung, wo ich quasi Kopf komme, wo ich komme. Ah, sie ist hier. Ja. Ich wurde von einem muskulösen Typen abgehangen. Wo bist du hin? Um den Stein. Ich habe nur einen kleinen Bogen gemacht. Ich bin hinter dir. Sehe dich aber nicht. Hinter dir. Hier. Ich bin das entzückende Mädchen. Warte, 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 warte. Ah, da liegt schon wieder einer. Na ja. Das sind die ganze Zeit nicht geheilt oder heilen lassen oder sowas. Das ist mal ein bisschen. Ich bin hier noch. Euer Versuch. Okay, wir können ja alle noch einmal. Ja. Support er dich, komm. Oh nein, ich habe ein bisschen früher einen Hit gekriegt. Ja, und das andere? Da ist die Tür aufgemacht. Ja, aber die hinten. Sehr gut, direkt um die Ecke. Das ist blöd, du lässt mich liegen. Halt ich schon mal hoch, heilig hoch. Kann ich nicht, auch bringt nichts. Nein, was willst du denn hier, du Idiot? Nein, oh toll. Ja, ich glaube diese Rettungsvision ist wirklich gescheitert. Ich kriege ins Freie. Ja, sie hat Nurse Coding schon dabei, oder dir Hunter, sie wusste, dass du entgeheilt wirst. Ja, sie lässt mich liegen, sie wartet, dass du weg bist, glaube ich. Ja, sie weiß halt, dass soweit ich aufgehoben werde. Die ist geportet. Und hänge mich noch ab. Oh, der Typ ist so groß. Jetzt kommt. Ja, meine Hilfe wurde gehittet. Wir liegen zu zweit hier, wir griechen raus. Pickt euch alle. Du Kameradenschwein. Das geschieht dir recht, ich hoffe du hast noch einen mitgekriegt. Die letzten werden die ersten sein. Ich komme mit Freiheit. Die können wir nicht mehr retten, oder? Ey, ich heil dich. Achso. Du musst es ja... Hier, ich heil dich. Ich heil dich. Oh! Nein. Erst drauf. Ja, gut. Abgehauen. Wir haben unser größtmöglichstes gegeben. Ja. Hauptsache, ich will dich aufhängen und er drängt sich erstmal zwischen. Heil mich. Mein Rücken ist verspannt. Pass erstmal mich an. cccccccccccccccccc hohe. Untertitelung des ZDF, 2020